Wenn es mir schmeckt, dann wird das mein tägliches Frühstück. Haben wir hier das Infektionsspray? Okay, so. Du holst mal bitte Klopapier. Ja, hol mal ein bisschen Klopapier, jetzt kommt das nicht mit den Daumen. Ja, während der Honig drauf ist. Warte mal, ich will meine Hände nochmal waschen. Nee, ich will die trotzdem nochmal waschen. Ja, okay. 1€ Scotty P, vielen Damen. Jessie, zeig mir deinen linken Arm für die Fans in die Kamera. Was geht denn hier ab? Lachs-Show? Ey, ich feier hier deine Beiträge auf Instagram. Die sind echt krank, das gefällt mir. Okay, also ja. Habt ihr gerade Battlefield Energy Trink bestellt. Junge. Der Daumen hast du gesagt? Ja. So, und jetzt nochmal mal abwischen. Ist das krank, Alter. Keine Bustwarte. So, was ist das Honig? Ja, genau. Nee, 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 den festen. Wo ist der Flüssige? Den Flüssigen. Wo ist er? Da, da, dort. Da? Ja, genau. Fünf Euro, Kevin. Ist das nicht der gleiche? Zeig mir deinen dicken Zeh. Nee, das ist der Flüssige. Ach nee, ist das... Dort unten steht auch ein. Oh, dort unten. Die ganze Kiste? Ja, genau. Hier, genau, der ist das. Ja, hier. Hä, das... Ja, das ist der Flüssige. Ja, genau. Ja. Junge. Ja. So. Alter, Junge. Ui. Alter, ich stell mir einfach vor, das wäre hier so ein Dickmann. Ich stell mir einfach vor, das ist meine Eichel. Alter. Fuck. Ja. Zeig das jetzt! Guck mal, Mann! Ja, Mann! Das hat sich wie ein bisschen... Irgendwie war... Schlecht hat sich das eigentlich gar nicht angefühlt? Ja, Kicks, Kicks. Hast du vielleicht Bock drauf und noch mehr? Nein! Hör auf! Ja, gut, okay. Ey, warte. Schnitt! Scheiße! Ey, Max, Kicks, Beton, Mann! Alter, Jürgen! Hier, hier! Boah, Junge! Was? Was? Ja, ja. Ich hab dann schon das innenblicklich. Fuck! Oh! Fuck! Das war heftig! Scheiße! Sowas Krankes mach ich nie wieder, glaub mir! Hä, das war eigentlich geil! Haha! Nur noch weiße Daumen in Zukunft! Ich hab mal vor, du tust der Klee methodisch und deine Freunde ins Auge zu tragen. Weißt du wie... Ach, Junge! So. Ist jetzt aber kalt. Was? Ist es kalt? Ja, natürlich ist es kalt! Ist es aus dem Kühlschrank? Mhm. Danke. Kannst du nochmal bitte auf den Chat? So. Was war denn jetzt geplant? Achso. Weh. Junge! Das ist weh Schnee. Ich glaub davon bekomm ich echt Albträume. Aber ich hab's mir so ausgesucht. Ich hab's mir einfach so ausgesucht. Ich hab's mirva zod. Ich hab's mir geort GR some- Ich hab's mir affordable. Ich hab mirер Dankeschön.